so ich habe mich entschlossen ich werde das wahrscheinlich jetzt anders machen ich werde mir die kennen ihr werdet mich dann bestimmt wieder schlechter verstehen die werde ich mir jetzt einfach mal so dran bappeln so mein t-shirt ihr werdet mich jetzt definitiv bestimmt schlechter verstehen aber so kann ich besser im handy rum vorwerken und euch das vernünftig zeigen ihr seht praktisch hier gerade mein spiegelbild ihr hängt hier unten drunter dass ich praktisch das handy so zeige gucke immer rüber zum bildschirm dass man das auch vernünftig sieht so und dass ich vernünftig surfen kann also durchs menü surfen kann und alles euch vernünftig präsentieren kann weil wenn ich das jetzt von der seite habe müsste ich das handy praktisch so machen und dann würde ich ja auch nicht wirklich sehen was da nun passiert jetzt machen wir das erst mal an oder ging aber schnell als fünf android power for android steht beim s3 nicht da oben ist auch wieder die leuchte auf die habe ich wert lege ich wert auch das ist auch neu so sprache deutsch eingabe weiter weiter wlan weiter will ich jetzt auch nicht machen weiter stimmen wir mal zu ja weiter nein später weiter so hoppala überspringen überspringen wo box ist jetzt gleich integriert geräte normelassig s5 die display sieht schon mal sehr geil aus sehr hell auch die icons sehen sehr sehr hoch auflösend aus scheiße blende zu sehr ich wertet mal bisschen hier hat sich aber auch einiges getan ich werde mal die helligkeit runter stellen so seht ihr vielleicht noch ein stück so seht ihr vielleicht noch ein stück besser die icons kann ich euch sagen die sehen sehr hoch auflösend aus also wirklich da bin ich sehr überrascht dass die so hoch auflösend aussehen finde ich sehr geil jetzt gucken wir mal den sperrbildschirm normal ich weiß nicht ob ihr hört kommt jetzt so ein geräusch so und jetzt gucken wir uns erstmal die neue menü leiste an hier oben befindet sich als erstes hier oben befindet sich wlan gps ton und steht ja ton da also jetzt steht so ja was da steht glaube ich beim s3 privatnummer wartet mal oder so weiter keine ahnung habe ich seit heute früh irgendwelche die wegen nummernschildern anrufen ich weiß nicht was die wollen so also das ist jetzt nicht mehr schwarz um das ist jetzt so bläulich bluetooth mobile daten download boost das ist neu energie spar multi windows und toolbox so was passiert denn wenn wir jetzt hier oben drücken hier haben wir jetzt hier eine toolbox wo die wo so ein paar sachen drinnen sind kann ich euch mal zeigen kamera internet notizblock kommen wir dahin kommen wir gleich zum rechner so die toolbox können wir uns irgendwo hinpacken aber die will ich erstmal gelöscht haben ach so das ist die seite ich will diese toolbox nicht mehr hier kann man halt seiten dazufügen sieht jetzt auch etwas anders aus ist jetzt nicht mehr so so im ist jetzt nicht mehr so nebeneinander sind jetzt die seiten sind jetzt also vorher war oben zwei dann unten zwei und der hat je nachdem wie viele seiten man hinzugefügt hat das ist jetzt hier anders so aber wie jetzt erstmal die seiten die ich erstellt habe löschen so das ist jetzt schon mal anders oh es finden das ist auch neu dass das jetzt hier steht so aber an sich sieht es aufgeräumter aus übersichtlicher ach hier können wir dann verstellen das finde ich gut dass man da nicht extra ins menü muss sondern hier oben hat man diese vierecke da oben seht ihr das und einstellung ist da auch dann gehen wir einfach da drauf und dann kann ich sagen ich will natürlich meinen ton ich muss erstmal den stift für bearbeiten drücken so dann komme ich dort hin und da kann ich jetzt sagen zu das will ich da hin haben ich will nämlich erst wlan ton bluetooth standort ich habe da meine feste reihenfolge mobile daten kommt natürlich noch davor download boost den kenne ich nicht den lassen wir einfach mal da so energiesparmodus kommt noch da hoch den kommen wir noch der hinwillig noch davor haben so multi windows ist mir egal mit multi windows benutze ich sowieso kaum also eigentlich gar nicht so jetzt haben wir wlan ton energiesparmodus mobile daten bildschirm drehen bluetooth bildschirm drehen kommt danach reicht wenn es da ist standort multi windows wlan hotspot screen morning haben wir noch also das neue smart spy energiesparmodus hier ist der energiesparmodus müssen wir mal gucken was das ist also da bin ich mal gespannt so privater modus mobile daten ersetzen wir mal bildschirm drehen mit mobile daten da bin ich mir gespannt was diese da bin ich mir gespannt flugmodus synchronisieren das ist mir eigentlich relativ und schon habe ich schön übersichtlich wieder so wie ich es haben will das wenn ich vibrieren aus ton an so aber jetzt gucken wir mal was sich dahinter verbirgt ach da sehe ich praktisch meine akku prozent und sieben tage ok aha ach das ist dieser neue ultramodus wo man energie sparen kann da macht das telefon nur das nötigste das finde ich geil von dem modus habe ich schon gehört ich sehe ihn jetzt das erste mal live man kann anrufen man kann sms schreiben internet kann man auch hier ist auch oben alles sehr einfach schlicht gehalten so jetzt will ich aber da wieder raus so einfach drauf drücken dann kommt man da wieder raus ok das kann man bestimmt auch draußen damit besser nachrichten lesen wenn man denn unterwegs ist das finde ich saugut weil manchmal ist diese sind die farb displays wenn die sonne richtig ruf knallt ist das ungünstig weil man denn nicht alles sehen kann so wenn wir da rauf gehen gucken wir uns das nochmal an abbrechen so dann haben wir hier auch wieder energie sparen bildschirm und wenn wir drauf gedrückt halten kommen wir da hin so leistung einschränken ein so hier kann man dann die einschränkungen einstellen vom telefon zum beispiel gps ausschalten touch deaktiviert bildschirm so aber das machen wir erstmal nochmal aus was ich gut finde ihr merkt es nicht aber ich habe jetzt schon so eine kleine so ein kleines haptisches feedback habe ich weil wenn ich hier was drücke dann vibriert das leicht aber wir gucken uns erst mal nachrichten an so wir wollen eine neue nachricht das ist ja das ist neu hier ach jetzt muss ich jetzt mal wieder klarkommen tippen sie zum grün neue nachricht so ja ne da habe ich kein haptisches feedback das muss ich dennoch einstellen ok aber was mir wichtig ist da ne ne das ist doof das will ich nicht das will ich nicht weil bei meinem s3 da haben sie mir einstellungen texterkennung ist ein von facebook lernen von google lernen von twitter lernen so das ist nicht wo haben wir denn deutsch querz da ach da haben wir es wieder oh gott sei dank bei meinem s3 haben sie mir die nämlich weggenommen diese 4 zu 3 tastatur so seht ihr da abc def ghj alles wieder ich habe meine ich habe schon befürchtet ich muss mit querz schreiben aber nein ich habe meine tastatur wieder und schöne dicke tasten auch da fällt mir jetzt ein stein vom herzen weil ich komme mit dieser tastatur besser als querz weil die ist definitiv dickere tasten und sind für dicke daumen ist das halt am besten geil also das ist gut weil bei meinem s3 gibt es deswegen habe ich auf dem s3 auch nicht das aktuellste update drauf dass das aussieht wie ein s4 weil da habe ich querz nicht mehr drin das wurde mir da weggenommen so oh Musik ist jetzt so rund mit einer note das ist wenn ihr das hier mal seht da ist es nur eine note da blau kreis außenrum weiß note und hier ist es da mit die note praktisch nicht in der mitte da ist ein play zeichen und die note am rand kann man sich darüber streiten welches besser aussieht aber auch das einstellungssymbol sieht im alten ein bisschen besser aus das ist so ein bisschen 3d mäßig also sieht wirklich schön abgezeichnet aus hier sieht es ein bisschen schlichter aus also das weiß ich nicht also und ich habe jetzt nicht den einfachen modus ich habe eigentlich den guten modus einstellungen oh ja da ist es das ist jetzt alles neu ihr seht wirklich nur diese bälle dazu aber was wie viel ist denn da drinne bitteschön leck mich am Arsch oh ich glaube die haben wirklich alles schön aufgeteilt weil beim S3 und beim S4 da hast du ja so deine Menüleiste und du scrollst dich tot manchmal wenn nicht so und hier scheint wohl wirklich alles besser zu sein wirklich ja WLAN hier ist alles nur zu mobilen Netzwerken und hier oben ist Schnellzugriff also Schnelleinstellungen oh hier ist der Fingerprint weil wir haben ja so einen Fingerprint jetzt hier drin den werde ich auch nochmal austesten da werde ich die Tage mal ein Video zu machen denke ich mal heute ist ein bisschen ungünstig Toneinstellungen hier haben wir jetzt nur Toneinstellungen Ton Anzeige Hintergrund Ach ne Ton und Anzeige hier ist das Hintergrund Bild mit drin das ist wirklich nur Ton und Anzeige in diesem Feld das finde ich übersichtlich das finde ich geil also da ist Samsung wirklich mal wieder eine grandiose Neuerung gelungen Personalisierung das ist alles nur zu Personalisierung Bewegung jetzt halte ich wieder fast alles ab System hier ist alles zum System hier ist auch Geräteinformation was vorher mal ganz unten war Anwendungen hier ist alles zu Anwendungen auch S-Voice S-Voice ist jetzt auch alles so einfacher gehalten ja ich denke mal die haben diese Icons vorne bei wo Einstellung und so ist einfach gehalten weil jetzt hier vorne also im Einstellungsmenü ja auch jetzt alles sehr einfach gehalten ist aber wir gucken uns jetzt erstmal an ich bin jetzt auf Android 4.4.2 Samsung hat schon angekündigt dass für das S5 gleich nach Release also preziehungsweise jetzt in den nächsten 1-2 Tagen die ersten Updates veröffentlicht werden und da ist das K für KitKat das halten wir jetzt gedrückt Android 4.4.2 ja das ist doch schön und nochmal teuer drückt halten das ist cool so gefällt mir das also ist schon definitiv aufgeräumter hier oben befinden sich auch wieder drei Punkte und da kann man dann bearbeiten Deinstallieren Anzeige Anzeige als Alphabetisch Benutzer definiert rein vollgelassig natürlich Kauf da ja kenne ich gar nicht besser essen besser was ist Pizza.de Deaktivieren Anzeige aber ich kann hier nicht mehr gleich Deinstallieren bearbeiten ich kann jetzt hier hin und her schieben ja das kann ich machen oder ok oh was ist das cool das ist neu wenn ich jetzt hier unten einmal drauf drücke da hat man hier so eine kleine Schnellübersicht Nachrichten Einstellungen da ist jetzt hier achso das sind die Sachen die ich da bei der Schnellansicht drin habe Esfinder das können wir rausnehmen Ausliste entfernen äh Taschenrechner lassen wir drin Kontakte Einstellungen Nachrichten Wieso sind Einstellungen doppelt drin das nehmen wir raus und dafür fügen wir hinzu so können wir da auch was hinzufügen hm kein achso das sind die aktuellen Anwendungen das ist ja nicht schlecht das was vorher war wenn man hier hier drückt hält jetzt komme ich jetzt hier zu suchen nochmal raus suchen ja es ist suchen vorher war wenn man das hier drückt hält da kommt man zu den aktuellen Anwendungen kommt man jetzt hier nicht mehr rein da muss man jetzt das finde ich gut das ist jetzt wirklich da und da kommt man zu den aktuellen Anwendungen rein und dann kann man halt sagen weg so ok was haben wir hier hier oben haben wir den Speicher ich bin jetzt bei 2 Gigabyte 1 Gigabyte ist jetzt schon ausgelastet ja also da hätte ich mir echt gewünscht von Samsung dass sie wie im Note einen 3 Gigabyte Speicher einbauen weil man sieht ja ich habe jetzt wirklich nur die Standard einstellen ich habe nur Standard drin ich habe keine ich habe noch nicht mal meine Apps drin und ich bin schon bei ein Stück über der Hälfte ich habe 0,93 Gigabyte belegt von 1,81 Gigabyte jetzt kommen noch meine Apps dazu dann bin ich garantiert mit meinen Balken wieder ständig hier hinten also da habe ich hier bis hier hinten komme ich dann da habe ich hier so ein Viertelchen weiß also das finde ich wirklich sehr schade also da müsste Samsung echt mal ein bisschen reagieren und da mal ein bisschen mehr Speicher weil das ist ein bisschen wenig so aber achso würde ich jetzt gar nicht ich würde jetzt mal gedrückt halten mal sehen was passiert ach da komme ich auch da hin da kann ich Hintergrund Einstellung kann ich hier machen MyManager Übergangseffekte ohne 3D Drehung da gucken wir mal was da passiert Übergangseffekt Klappspiegel also klappt dann nur so weiter und wenn wir sagen Übergangseffekte ohne dann geht es einfach nur weiter ok ich will aber mit 3D das sah gut aus so ja so sieht das schicke aus so will ich das haben so ist das schön kann man ja denn ändern so ne hier ist das ja nicht mehr drin also ich kann hier nicht mehr die installieren bearbeiten Anzeige als Anzeige als Benutzer definieren und alphabetisch aus hier kann ich noch Apps ach doch hier deinstallieren und deaktivieren so hier kann ich go pizza.de und so Deinstallieren das werde ich mal deinstallieren das brauche ich nicht Hotels brauche ich auch nicht MyBook MyBoard lassen wir mal drauf mal gucken was das ist Smart Remote lasse ich drauf kann ich ja sowieso nicht löschen jetzt könnt ihr mal sehen dass hier wirklich fast alles eigentlich zu deinstallieren geht auch Hangout aber dieses Flipboard zum Beispiel geht nicht zu deinstallieren Mail geht Google Plus geht geht alle zu deinstallieren diese gehen nicht ah hier Shed On kann man deinstallieren das würde ich sowieso nicht haben da weg dann mit dem Scheiß S-Voice ach so das ist dieses was man für Gear Fit braucht dieses Rennprogramm was bei mir ja nicht mit Bias so aber sieht schon mal sehr aufgeräumt und sehr gut aus und es läuft sehr flüssig muss ich sagen ich kann mich da nicht beschweren das ist schon mal gut so der kommt weg Scheiße brauche ich nicht so bumm löschen so was haben wir hier noch der bumm auch nicht kommt komplett weg ja eine Seite brauche ich nur ich mache hier vorne meine Kamera und meine drei E-Mail Programme rauf Google Suche brauche ich hier auch nicht ich brauche hier nicht so viel Scheiße was haben wir denn da eigentlich Google ach so da sind die Google Apps drin das brauche ich nicht Spaß weg Kamera rüber so habe ich hier zwei Zeilen aber die Kamera sieht auch gut aus die gucken wir uns auch gleich nochmal an so seht ihr da ich habe zwei Zeilen das reicht mir da kann ich hier oben ein paar Apps drin machen hier meine wichtigsten also E-Mail und so die Uhr ist jetzt auch schön übersichtlich sieht auch gut aus hier mache ich dann noch eine einzelne kleine Uhr oben drin wenn es wieder geht und keine Apps dass ich einfach nur ein Hintergrundbild habe weil ich werde natürlich wieder meinen Thorshammer runterladen aber wir können ja gerne mal gucken was hier an Hintergründen zur Auswahl jetzt momentan ist nicht Sperrbildschirm Startbildschirm so wir haben hier ist ein bisschen sehr bunt ist ein bisschen sehr bunt Startbildschirm aber ich habe ja keine animierten mehr oder so ach das ist ein Live Hintergrund ach so die sind jetzt alle hier unten drinnen einfach das sind Live Hintergründe zwei Live Hintergründe sind drinnen das ist ein bisschen schade so Widgets haben wir hier das finde ich sehr gut dass wenn ich jetzt hier so am Einstellen bin auf dem Hintergrund und so dass ich hier auch Widgets gleich drücken kann dass ich nicht erst im Menü weil da ist es ja jetzt sowieso nicht mehr da war vorher hier mal so eine so ein ja hier oben praktisch so eine Klappe einmal Apps und einmal Widgets das finde ich gut dass das da weg ist dass ich dann jetzt hier einfach nur drückt halten Widgets und dann kann ich mir meine Widgets aussuchen aber meine Uhr scheint wohl nicht mehr dabei zu sein das brauche ich auf jeden Fall das Widget brauche ich und das geben wir natürlich ne das habe ich immer auf der Seite das brauche ich abends immer und zwar ist ja die Lampe die benutze ich regelmäßig so Widgets hier haben wir nochmal eine Uhr mit Datum ich will aber nicht diese mit Grau ich will einfach eine durchsichtige Uhr die habe ich in meinem S3 auch die scheint es hier aber nicht mehr zu geben finde ich schade mal gucken wir mal wie es aussieht wenn wir die jetzt hier oben hin klatschen ja besser wie nischt ist groß Dienstag 1. Januar lassen wir das halt so sieht schon mal nicht schlecht aus es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig dass die Icons jetzt so ein bisschen hier Einstellungen so ein bisschen etwas schlichter gehalten sind aber tut dem Ganzen keinen Abbruch was ich grandios gelöst finde ist wirklich das Einstellungsmenü also das finde ich echt grandios gelöst man kommt überall sehr schnell hin man hat nicht mehr dass man in einem Menüpunkt drin muss da in den nächsten da in den übernächsten Unterpunkt und da kann man was stellen nein man hat jetzt hier größtenteils alles übersichtlich wir können auch eine Listenansicht machen da haben wir wieder alle den Lister dann steht hier zum Beispiel Anmeldung System ja so hat man das jetzt vielleicht noch ein bisschen übersichtlicher ein bisschen einfacher gehalten aber ich möchte das eigentlich wir haben auch noch Registerkartenansicht dann können wir hier das ist natürlich auch geil brauche ich hier oben nur schnell Verbindungen das ist gut oh wir können das so hier bearbeiten diese Punkte werden angezeigt beim Netzwerk und wir können natürlich jetzt hier noch Standort können wir noch dazu machen so dann nehmen wir mal hier den Downloadboost weg Standort ach man kann nur 4 ah ok 5 kann man hinzufügen wenn man noch einen dazu hinzufügen will dann sagt er dass das nicht geht aber ich habe jetzt mal den Standort mit dazu gemacht das ist gut also das ist doch das ist doch schon mal wirklich geil da kann man sich das wirklich die wichtigsten Punkte die man immer mal wieder braucht aufrufen und so wo haben wir jetzt hier Netzwerkeinstellungen also ich muss erstmal hier wieder machen Rasteransicht so das ist doch übersichtlich finde ich geil der Schnellzugriff Fingerprint können wir einen Fingerprint einstellen ich muss mich selber erstmal richtig rindfuchsen in das Gerät hier haben wir die Netzwerkfunktion hier habe ich meinen Standort jetzt hinzugefügt das finde ich saugeil das finde ich saugeil da muss ich gleich mal die Einstellungen durchführen Anzeige wir gucken mal was bei sich ah da Schriftart Schriftgröße groß wir haben auch extra groß und sehr groß wir nehmen extra groß extra groß also wenn das nicht geil ist also das sehe ich selbst ohne Brille so ist das Schicki so gefällt mir das so jetzt haben wir hier noch Schriftarten da kann man sich natürlich wieder welche runterladen ich lasse es Standard oder ach ich nehme Samsung Sains Samsung Sains so das sieht doch schick aus oder ne ich nehme doch lieber Standard ich habe immer Standard gehabt so das ist doch schick LED Anzeige dann Akku fast leer will ich ohne Anzeige haben das ist schön also so finde ich das neue Handy echt genial hat Samsung wieder mal super gemacht auch das jetzt hier oben hoppala seht ihr gar nicht hier oben steht jetzt praktisch die Uhrzeit und das Datum so und hier der Akku ist jetzt weiß gehalten ist nicht mehr grün die Prozentanzeige vom Akku ist automatisch jetzt mit bei die muss man vorher immer separat bei Einstellungen ein oder ausschalten ist jetzt gleich Anfang von Anfang an eingeschalten also das ist schon mal schön finde ich gut finde ich sehr gut so kann man hier auch noch gleich auch was macht er denn da so wenn ich jetzt hier drauf drücke gedrückt halten auch hier sieht es jetzt wesentlich anders aus mit dem Ausschalten Offline Modus Neustart Notfall Modus hier kann man auch gleich hin und her wechseln zwischen den verschiedenen die man haben will keinen Ton und so da habe ich es nie umgestellt ich habe es hier oben und da kann ich dann jederzeit sozusagen bumm einstellen so wie ich es haben will so auf jeden Fall ist Samsung da wirklich ein klasse Gerät gelungen und wirklich da ist hier auch wieder glaube ich Projekt Butter eingebunden damit das hier so schneller läuft wenn ihr seht so rucki zucki also ich habe bis jetzt noch nichts Negatives gemerkt aber am geilsten ist wirklich was mir jetzt auffällt wirklich was am geilsten ist ist diese Einstellungen dass die jetzt wirklich vereinfacht und super erreichbar sind und das hier oben da ist übersichtlicher ja also ist schon nicht schlecht ja die sind schon nicht schlecht ja aber soweit soll es jetzt zum neuen Flaggschiff von Samsung dem S5 auch gewesen sein ich möchte jetzt auch noch ein bisschen damit rumspielen noch weiter Experimente machen was kann und meine SIM-Karte und meine MicroSD-Karte reinmachen und meine Töne dorthin verschieben und alle drum und dran bis dahin Ahoi sagt Euer Odin ich bin alle und die 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 Vielen Dank.